Deutschland in der Wüste. Jetzt schau ich auch noch. Volker! So, Tunnel, wir müssen jetzt da beginnen, gell? Die wollen da jetzt einen sorgfältigen Bogen haben, den müssen wir mit Bravour ausfallen. Das ist ein Fragebogen, da wollen die die testen, ob du fähig bist, in Deutschland zu leben. Also, Tunnel, was drehen wir mich schon wieder? So, Tunnel, jetzt fangen wir an. Die wollen als erstes mal gleich deinen Namen wissen. Tunnel! Ja, Tunnel, ich kann nicht einfach nur Tunnel hinschreiben. Du musst ja irgendeinen Namen haben, wie Huur oder Maier, wie gerade Tunnel. Mir kommt's. Mir kommt's auch gleich hin, wenn's gar keiner sagt. Tunnel, mir kommt's. Tunnel, mir kommt's, wenn ich gar nicht der Name, weiß ich nicht. Du hörst Tunnel, mir kommt's. Aber mit dem Land hätte ich die Türkei verlassen.